Und zwar stelle ich hier zwei Betten hin, lasse hier ein paar Berufe hinstehen und setze hier zwei Dorfwohnen hin. Diese nehmen die Klasse sofort an. Ich tue jetzt hier ein wenig Brot hinschmeißen. Der gibt den anderen das Brot. Dann tun sie sich lieben. Und das geht nicht. Seht ihr, weil kein Bett zur Verfügung steht. Aber wenn ich jetzt noch ein drittes Bett hier dazu packe und schlups ist ein kleiner Dorfwohner da. Und das geht jetzt auch, wenn ich jetzt hier noch ein zweites Bett hinstelle. Da kommen die dann auch wieder zusammen und tun dann noch einen erschaffen. Und da kommt er auch schon wieder. Und ihr seht, das geht jetzt viel schneller als vorher. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Natürlich funktioniert das auch mit den Dorfwohnen, die schon zur Verfügung stehen. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Das funktioniert auf jeden Fall.